Hi Leute, herzlich willkommen zurück zu Minecraft Technik und zwar mit den Tutorials für die Mods und zwar sind wir immer noch beim CrackTag Mod oder bei den CrackTag Maschinen und diesmal haben wir einen Implusionskompressor. So, ist auch wieder ein Multi-Block wie ihr seht und wir haben den hier schon mal fertig aufgebaut, den kann man dann quasi hier anklicken und wir können ja erstmal ganz kurz erklären was macht der Schönes. Übrigens, das sind die anderen Maschinen, wo wir Tutorials drüber gemacht haben, wen es denn interessiert, einfach mal an die Playlist schauen. So, ja, willst du mal erklären was der Schönes macht? Kann ich machen, also das gute Teil ist im Endeffekt genauso wie der IC2-Kompressor, bloß da der halt ein bisschen mehrere Zosen fresst und halt einen kleinen Tick anders funktioniert als der normale Kompressor. Weil der funktioniert, weil ja, wie man ja schon vom Namen hört, ist eine Implosion, also der arbeitet mit Explosionen und halt, der nutzt es halt aus, wenn ein Industrial-TNT explodiert und dadurch komprimiert er es halt. Ja, genau. Und man kann nur ein was reintun, ne? Richtig. Also der ist eigentlich quasi nur zum Verarbeiten einer Materialie da. Richtig. Also damals, wenn man jetzt Iridium-Platten herstellen wollte, hat man ja einfach bloß im Crafting-Table drin gepackt und dann kam dann eine Iridium-Platte raus und die hat man dann im Kompressor geschmissen und dann kamen Iridium-Platten raus. Genau. Und diesmal muss man halt den Implosion-Kompressor rinschmeißen, da hat man Iridium-Alloi-Ingots, die man auch über eine Rolling-Maschine herstellen muss, aber das könnt ihr ja alles über NEI nachgucken. Ja. Und dann schmeißt man die rein, schmeißt dazu acht Industrial-TNT, wie man die macht, NEI, kann man nachgucken. Ja. Und dann kriegt man halt die Iridium-Platten raus, um halt dann Rüstung herzustellen oder einen Fusionsreaktor zu bauen, aber wozu man die Iridium-Platten braucht, das wird man später nochmal sehen, also wenn auch die richtig coolen Maschinen kommen. Genau. Und jetzt sind wir einfach mal so krass und bauen das Teil mal nach. Und ihr braucht erstmal einen Implosion-Kompressor, ihr braucht acht Standard-Maschinen-Casings, ihr braucht 18 Rain-Forced-Maschinen-Casings, ihr braucht natürlich Industrial-TNT, wir haben als Energieversorgung eine MFE genommen, ein Hybrid-Solar-Panel und ein Low-Voltage-Transformer. So, Moment, das müssen wir natürlich alles mitnehmen jetzt. Wups, 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 wups. So, jetzt müssen wir uns mal schauen. Und zwar, die Ecken werden mit Standard-Maschinen-Casings gebaut. Und, upsala, dann kommt hier, kommen die Rainforest rein, zack, dass ihr quasi unten so ein Kreuz erhaltet. Dann kommt hier quasi eine Reihe komplett mit diesen Rainforest. Die Mitte bleibt natürlich frei. Und hier kommt wieder außen Standard-Maschinen-Casings und in die Mitte kommt wieder das Kreuz. Also man muss es so sehen, wenn man um die Maschine rumfliegt, man muss immer Kreuze sehen. Immer Kreuze sehen. Ob von oben, von unten, von links, von rechts, immer nur Kreuze sehen. Immer nur Kreuze. Denn es ist richtig aufgebaut. Und wir können ja nochmal kurz hier reingucken, denn hier links auf der Seite seht ihr natürlich, die hellen sind die Standard, die dunklen sind die Rainforest. Das heißt, hier unten einmal so, einmal so, das in der Mitte bleibt frei. Hier dann wieder so wie unten und oben drauf. In die Mitte kommt dann dieser Implusions-Kompressor. Zack, da ist er. Und man sieht halt immer, wenn das grüne Licht angeht, hast du richtig gebaut. Genau. Können wir nochmal ganz kurz machen. Zack, jetzt ist er rot. Überprüft, alles klar. Das Maschinen-Casing ist richtig. Und das passt. Jetzt ist grün. So, wir haben jetzt einmal diese Low Voltage genommen. Moment, war das jetzt richtig? Habe ich das richtig gesetzt? Ja, habe ich richtig gesetzt. Weil, das wollte ich mal noch ganz kurz sagen, der hat nämlich keine 128 EU, wie die anderen zwei hatten, die wir davor vorgestellt haben, sondern der hat nur 32 EU maximal in. Das heißt, für den braucht er nicht wirklich viel Energie oder nicht so viel Energie. Und deswegen reicht das LV oder braucht ihr auch nur das LV und es reicht die MFE. Also ihr braucht nicht die MFSU. So, Moment. Also man kann auch die MFSU nehmen, aber da müsste man halt noch ein MV dazwischen schalten. Genau, warst du oben richtig? Ja, ich glaube schon. Warst du falsch? Moment. Ja, das ist die richtige Richtung. Genau. So, zack, dann weg. Und dann hier oben drauf. Ups, ach Quatsch. Stell dir am besten auf die Maschine. Zack. So, ihr seht's. Die MFE wird gefüllt oder, naja, wird gefüllt. Nein, die triggert gerade ein bisschen. Die triggert, genau. Jetzt, jetzt, jetzt füllt sie auf. Das war halt so, weil die Maschine hat noch immer, also jede Maschine hat so einen kleinen internen Buffer an Energie und dadurch triggert das zum Anfang halt immer. Genau. Außer man nimmt halt ein Ultimate Hybrid, weil das bringt da gar nicht 512 und dann ist halt das Triggern so gering, das kriegt man ja nicht mit. Genau. So, hier unten in das unterste, in den untersten Slot kommt das Industrial TNT und oben rein könnt ihr dann eben dieses Alloy machen, Iridium Alloy, genau. Das Zeug, ja. So, blups. Genau, das gute Zeugs ist das. So, und das stopfen wir jetzt auch gleich nochmal da rein. Zwei Stück, fertig, blups, blups und fertig ist. So. Acht Stück, Industrial TNT Verbrauch, zwei Iridium Platten, acht Dark Ashes und alles ist schick. Richtig. So funktioniert das Teil, es ist nicht mehr, es ist nicht weniger, relativ einfach, also da gehört nicht viel dazu und ja, ansonsten, wie ihr es euch craftet, schaut ihr wie gesagt bei NEI, ich habe ja während der Aufnahme jetzt schon zwischendurch immer mal ein bisschen was gezeigt, während der Marco erzählt hat und ansonsten sehen wir uns in dem nächsten Tutorial, wenn es euch gefallen hat, bewertet das Video positiv und lasst uns einen netten Kommentar da, wenn ihr uns ein bisschen unterstützen wollt, könnt ihr das Video natürlich auch gern teilen oder favoritisieren und schaut mal auf dem Kanal vorbei. Bis dahin, tschüss. Tschüss. Tschüss.